Das Recht auf die Sicherheit und das Recht auf die Arbeit brauchen eine größere Solidarität, als das wir seit Jahrzehnten geholfen haben. Wir stehen mit dem ETUC, dem DGB und gegen das Fortress Europe. Menschen sind nicht Komoditäten, die wir von Separation kaufen können. Aber das Recht auf Sicherheit und das Recht auf Arbeit erfordern eine noch größere Solidarität, als die, für die wir bereits seit Jahren demonstrieren. Gemeinsam mit dem Europäischen und dem Deutschen Gewerkschaftsbund, gemeinsam mit euch allen, lehnen wir eine Festung Europa ab. Menschen sind keine Waren, von denen wir uns freikaufen können. Und even als wir demanden, dass unsere Governments remove the causes of conflict and economic desperation that blithe the lives of hundreds of millions, we must reach into ourselves to share what we have with the men and women who just want the same opportunities for a secure future that we want for our own families. German men and women, today, I thank you for your humanity on behalf of working people around the world. Refugees are our brothers and sisters and we say welcome. Wir fordern unsere Regierungen auf, ihren Beitrag zu leisten bei der Beseitigung der Ursachen für diese Konflikte und wirtschaftlichen Notlagen, die das Leben von Hunderten von Millionen vernichten. Aber wir müssen auch in uns selbst gehen und das, was wir haben, teilen mit den Männern und Frauen, die sich genau die gleichen Möglichkeiten für eine sichere Zukunft wünschen, die wir für unsere eigenen Familien wollen. Deutsche Männer und Frauen, heute danke ich euch für eure Menschlichkeit im Namen der arbeitenden Menschen auf der ganzen Welt. Geflüchtete sind unsere Brüder und Schwestern und wir heißen sie willkommen. Applaus Comrades, on this day, this May Day, millions around the world will march under banners for freedom and against conflict and slavery. Many will rally for justice for refugees. Many will stand firm for minimum living wages and collective bargaining and oppose corporate greed. Many will demand climate justice and a just transition and many will welcome refugees. Uniting all of these concerns are the fundamental principles of equality and justice, social justice, which inspire the actions of trade union solidarity every day. An diesem Mai-Feiertag werden viele für Freiheit demonstrieren und gegen Konflikte und Sklaverei. Viele für Gerechtigkeit für Geflüchtete stehen. Viele entschlossen für den Mindestlohn und Tarifverträge einstehen und sich der Unternehmenshaft sucht entgegenstellen. Viele Klimagerechtigkeit fordern, Geflüchtete willkommen heißen. All das sind die grundlegenden Prinzipien der Gleichheit und sozialen Gerechtigkeit, die die Aktionen der gewerkschaftlichen Solidarität inspirieren. Our collective voice, our actions, the solidarity of union men and women all over the world will continue the fight against corporate greed. The corporate greed that fuels attacks on workers' rights, the enslavement of people, the corruption of tax evasion, the destruction of public services. Where our governments fear corporate power, we stand up for democracy and an end to corporate greed. We will act for a truly inclusive future. Where peace, democracy, democratic rights and freedoms are secure. Where refugees are welcome. Where prosperity is shared. Where the planet on which we live is protected. And where social justice sits at the heart of all our nations. The collective voice and the solidarity of the community. Thank you.